Zelle Crowd, das Crowdfunding-Projekt der Stadtwerke Zelle. Einfach, unbürokratisch und risikolos Projekte finanzieren. Zelle Crowd bietet Zeller Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, Schulen und Initiativen die Möglichkeit, Projekte durch Crowdfunding zu finanzieren. Die Projekte selbst können sowohl sozialer, kultureller oder sportlicher Art sein. Sich Kinder- und Jugendförderung widmen und müssen einen gemeinnützigen Zweck dienen. Wenn Sie eine Idee haben, ein Projekt umsetzen oder starten möchten und dafür finanzielle Mittel benötigen, können Sie bei uns Projektstarter werden. Sie profitieren dabei von unserer vielfältigen Unterstützung, von intensiver begleitender Beratung und Hilfestellung über die technische Abwicklung bis hin zu Fördermitteln. Und so funktioniert es. Sie richten Ihr Projekt ein und legen das Crowdfunding-Ziel fest, also den Betrag, den Sie erreichen wollen. Dann sammeln Sie Unterstützer, die Crowd, denen Sie kleine Gegenleistungen bieten. Für jede 10 Euro, die Sie sammeln, legen die Stadtwerke Zelle weitere 10 Euro aus dem Fördertopf von insgesamt 12.000 Euro jährlich hinzu. Wenn die Crowdfunding-Frist von 60 Tagen abgelaufen ist und das Crowdfunding-Ziel erreicht oder übertroffen wurde, wird Ihnen das Geld ausgezahlt. Sollte die festgelegte Höhe nicht erreicht werden, geht das Geld an die Unterstützer zurück. Es fallen auch keine Gebühren an. Einfach unbürokratisch und ohne finanzielles Risiko. Werden Sie noch heute Teil der Zelle Crowd auf www.zellecrowd.de Zelle Crowd Zelle Crowd Zelle Crowd Bis zum nächsten Mal.